Ein Setup, was wir hier selten nie zu sehen bekommen haben. Es sind wahrscheinlich mehr Seiteninstrumente als Zuschauer hier. Ne, stimmt nicht. Ich freue mich auch, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich freue mich überhaupt, dass ihr uns auch in diesem Jahr hier so zahlreich besucht habt, dass wir schon wahnsinnig viele schöne Abende hier in Ommüle erleben durften. Und da seid ihr Zuschauer natürlich auch mal groß daran beteiligt, an dieser Wahnsinnsstimmung, die sich hier bei uns bei den Sofa-Konzerten oder auch in den Gartenkonzerten immer einstellt. Das bestätigen uns immer wieder die Musikerinnen und Musiker, dass es offensichtlich Spaß machen muss mit euch. Und deswegen bedanke ich mich, dass ihr hier seid. Heute haben wir ein schönes Programm. Ich freue mich total drauf. Einmal auf Damien Clark, der auf dem Hackbrett und der Drehleier spielen wird. Instrumente, die wir hier wahrscheinlich noch nie gesehen haben, die wahrscheinlich der eine oder andere auch noch nie vorher gekannt hat. Die Melodien, die kommen vielleicht bekannt vor gleich. Ja, und im Hauptprogramm sehen wir die Leroys. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Ja, was soll ich sagen. Habt viel Spaß. Ich freue mich drauf. Es sind drei Sets, das heißt, wir werden zwei kleine kurze Pausen noch zwischendurch haben für Liedwein. Und jetzt, tja, sind wir frei für Damien Clark. Vielen Dank. I don't care, if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, but it's Friday and I end up. Wonderful. Monday you can fall apart. Tuesday, Wednesday break my heart. Thursday, 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 Thursday. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 There you go Applaus 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 Applaus